Kanalbeschreibung die 101. Hallo mein Name ist Kauser21 und herzlich willkommen auf Cardomade Gaming. Unser Kanal dreht sich hauptsächlich um Gaming-Videos bzw. Livestreams, machen aber auch nebenbei ein paar Vlogs. Ich persönlich bevorzuge das Streamen von Gaming-Videos wie beispielsweise Fortnite. Mein Name ist Dunga und ich mache die Edits, die Intros. Ich tue auch ein bisschen mit Gaming. Hallo Leute, ich bin der Dorian Stream und ich mache hauptsächlich Gaming-Videos. Ich bin Martins Flock und ich trau mir nichts zu sagen. Ich bin Zemmix und ich bin Nimmer sein Part. Er macht Vlogs und zockt auch mit. Macht oft Livestreams. Ich zocke auch oft, bin der zweite Editor und macht Musik. Yo Leute, das war eigentlich alles, was so auf unserem Kanal geschieht und alle zusammen sind wir Cardomade Gaming. und οι Wunderschöne wieder preparationshar kneesent worked. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Hab ich einen Babys Bush Musik